Die Verbindung zwischen kurvenreicher Schönheit und innerer Stärke macht sowohl Jennifer Lopez als auch Beyoncé Notes zu umwerfenden Stilikonen. Wenn man über Stil redet, muss man einfach über diese beiden reden. Ich liebe diesen Marqueser-Look. Das ist sehr feminin und glamourös. Dieses Kleid war perfekt für die Oscars. Sie lässt den alten Charme wieder aufleben. Und das Wichtigste war Beyoncés berühmte Armpose. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang nur solche Bilder auf Facebook gepostet. J-Lo und Beyoncé haben mehr gemeinsam als ihren Wunsch, die Welt im Sturm zu erobern. Sie ist nicht mehr die Jenny aus dem Block, sie ist die Jenny vom Lauschteg. Sie teilen mehr als den kommerziellen Erfolg. J-Lo und Beyoncé sind beide schön im Inneren. Solange du zufrieden mit ihr bist und deine Mitmenschen gut behandelst, bist du immer schön. Das ist mein Geheimnis. Es ist aber auch kein Geheimnis.